Hallo, ich bin's wieder, Thorsten zur Lage der Nation und der Welt. Nun, die Nachricht schnellster Zeit ist natürlich nicht schön. Dieser verrückte Amoklauf in München, das macht mich irgendwie wieder traurig. Aber man muss sich wohl an solche Dinge gewöhnen, dass die immer wieder passieren. Deswegen, welche Menschen aus welchen Gründen auch immer meinen, so etwas tun zu müssen. Ist eine schlimme Sache, hat mich auch erschrocken, weil ich auch Verwandtschaft in München wohnt habe. Ohne den geht's gut, insofern kein Problem. Ansonsten, für mich was Positives und Lustiges. Ich habe einen schönen Proview gesehen. BBC America macht offensichtlich eine Sendung, eine Serie. Dick Gently's holistische Detectile. Ziemlich cool, ziemlich coole Sache. Der Trailer dazu ist auch ziemlich cool. Dann werde ich auch sonst mal einen Trailer verlinken zu dem Video. Auch enthält ein paar nette Anspielungen. Die Anspielung soll jeder selber rausfinden. Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und tschüss.